TORRECH Ich komm schon seit 10 Jahren hierher! Immer wieder zu! Okay Ich mache das jetzt hier schon seit 10, 12 Jahren und es macht mir immer wieder Spaß hier zu sein, wir sind mit der Familie das zweite Mal jetzt in diesem Jahr in diesem Club und nach dem tollen ersten Mal waren wir doch sehr skeptisch auf die Erwartungen, die wir vom ersten Mal hatten, überhaupt noch erfüllbar waren und sie sind eindeutig übertroffen worden. Wir sind so froh, dass wir hier sind. Es ist ein tolles Land, tolle Menschen, tolle Gastgeber. Wir fühlen uns hier rundum wohl aufgehoben. Es ist ein kleines Paradies und wir kommen mit Sicherheit wieder und bleiben Stammkunden. Familie! Au! 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 Weitere Körner! Let's go! Wo sind die Körner? Wir sind die Körner! Wir sind die Körner! Wir sind die Körner! Wir sind die Körner! Vielen Dank.